Ich habe selten so einen durchdachten Kastenwagen gesehen wie den Pössl Summit Shine 600L. Die 600 steht für die Länge, also 6 Meter, und das L steht für Längsbetten, denn einer der Besonderheiten des Pössls sind seine Einzelbetten. Aber von vorne, schon beim Betreten bemerkt ihr, dass ihr sehr, sehr viel Bewegungsfreiheit habt. Dafür sorgt unter anderem der Einzelsitz statt einer Sitzgruppe, der aber auf zwei Sitze erweitert werden kann. Das Bad besteht wieder, wie der Baureihe üblich, aus einem Schwenkbad, und mein absolutes Highlight ist einfach der Kühlschrank, der sich zu zwei Seiten öffnen lässt, ey, du musst noch nicht mal für ein Kaltgetränk deinen Wagen betreten, wie cool ist das eigentlich? Super durchdacht ist die Küche mit einer erweiterbaren Arbeitsfläche, mit mehreren Schubladen, also sehr, sehr viel Stauraum, und einem Zwei-Flammen-Kocher. Apropos Stauraum, und jetzt passt mal auf. Unter den Einzelbetten versteckt sich ein kleiner, aber feiner Kleiderschrank, und damit eure Schuhe nicht einfach so im Weg rumfliegen, hat man noch weitere Verstaumöglichkeiten unter den Tretstufen. Also wenn das nicht durchdacht ist, dann weiß ich auch nicht.